Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Ich habe heute eigentlich gar nichts vor zu kochen. Ich stehe jetzt hier gerade in meiner Küche, habe so ein bisschen aufgeräumt und wollte mich eigentlich nur erstmal wieder zurückmelden. Denn wenn ihr große Fans dieses Podcasts seid, dann ist euch sicher nicht entgangen, dass es eine längere Pause gegeben hat, quasi den gesamten Winter. Das hatte verschiedene Gründe. Ich habe im Moment so ein bisschen gesundheitliche Probleme, aber damit will ich euch jetzt nicht auf die Nerven gehen. Das hat auch an dieser Stelle überhaupt nichts verloren. Aber es sind auch ganz viele Sachen einfach ausgefallen. Zum Beispiel der neue Computer, den ich extra für meine ganzen kreativen Projekte zusammengebaut habe und der richtig Power hat. Da ist die Grafikkarte so ziemlich bald durchgebrannt. Und dann habe ich auch erst später festgestellt, dass es sinnvoller gewesen wäre, mich direkt an den Hersteller zu wenden. Und hier und da. Also es hat sehr lange gedauert, bis die dann ausgetauscht wurde. Dann sind auch in der Küche ein paar Geräte kaputt gegangen, unter anderem die Spülmaschine. Da hat man dann ja auch keine Lust, irgendwie so extrem große Kochprojekte anzufangen. Und ja, es gibt einige Aufzeichnungen, die liegen hier auf Halde. Und ich werde die auch nach und nach veröffentlichen, auch im Blog. Und auf der technischen Seite hat es auch ein paar Veränderungen gegeben. Darum ist diese Episode jetzt relativ kurz. Eigentlich nur ein kurzes Ping, dass ich noch existiere und dass auch dieser Podcast weiterhin bestehen wird. Und dann werde ich versuchen, mit dieser Episode auch diese ganzen Veröffentlichungsmechaniken und was ich da alles dranhängen habe, an diesem Podcast wieder zum Laufen zu bekommen, sodass ihr dann in der Zukunft wieder neue Episoden bekommen werdet. Es gibt noch einige interessante Ankündigungen. Zum Beispiel, dass ich jetzt fest eingeplant habe, auf dem diesjährigen Podstock-Festival dabei zu sein. Da bin ich jetzt auch schon Teil des Orga-Teams und mit einigen anderen lieben Menschen zuständig für die Verpflegung. Das heißt, wenn ihr Lust habt, mich mal zu treffen oder viele andere Podcasts, da man hört ja in der Regel nicht nur einen Podcast, sondern viele, da ist also eine große Chance, also mich auf jeden Fall, aber auch viele andere Leute, die in Mikrofone sprechen, zu treffen. Und wie gesagt, ich werde dann viel Zeit auch in der Küche verbringen, einfach weil mir das auch so Spaß macht. Es ist halt auch ein Hobby von mir. Und dann eben auch mit anderen Menschen zusammen in großen Töpfen rühren, das wird also sehr, sehr cool. Und wir haben sehr viele interessante Ideen. Da könnt ihr übrigens, wenn euch das interessiert, mal in den Troll-Container reinhören von dem TJ. Da gibt es zwei Episoden, die ich hier auch mal dann in den Shownotes verlinken werde, in denen wir darüber sprechen, was wir so vorhaben. Da wird es einige wichtige Punkte geben, gerade wenn du jetzt nicht so Allesfresserin oder Fresser bist. und spezielle Anforderungen an die Ernährung hast. Da haben wir vor, zumindest möglichst viele Fälle abzudecken, sodass eben jetzt niemand dann nur mit einer Scheibe Toastbrot sich dann über die Runden retten muss, sondern dass alle glücklich, zufrieden und vor allen Dingen lecker und vielfältig verpflegt werden. Dann gibt es noch ein neues Format, das ich mit dem Christopher von der Meiden begonnen habe, nämlich die Zeitspeise. Da sind jetzt zu diesem Zeitpunkt auch schon die ersten Episoden online gegangen, beziehungsweise die Nullnummer und die erste Episode ist jetzt schon veröffentlicht und wir werden das auch versuchen, so kontinuierlich wie möglich weiterzuführen. Ich habe fest vor, vielleicht kennt ihr das noch, dieses Format Nahrungsbausteine, wo es um einzelne Elemente der Ernährung geht, wie Vitamine, Mineralstoffe und so weiter und so fort. Und das hat jetzt sehr, sehr lange geschlafen und ich bin hinter den Kulissen gerade, ja, daran, das wieder zu beleben und vielleicht in neuer Aufstellung. Das ist aber alles noch nicht so spruchreif. Ich wollte damit nur sagen, ich mache nicht nichts, sondern bin hier und da auch weiterhin zu hören. Aber die eigenen Produktionen, vor allen Dingen die, die ich dann selbst schneiden und noch nachbereiten muss, das habe ich in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt. Aber es gibt alles wieder und es kommt alles zurück. Also da dürft ihr gespannt sein auf die kommende Zeit. Und ich gelobe, dass ich mich dann jetzt auch nicht mehr so lange bitten lasse und jetzt auch dann die Sachen, die hier noch sozusagen auf der Festplatte schlummern, dann raushauen werde. So, damit will ich das jetzt auch nicht weiter in die Länge ziehen. Wenn ihr Wünsche, Ideen, Rückmeldungen habt, dann haut mich gerne an auf Twitter, auf Facebook, in der Telegram-Gruppe, die mittlerweile eine sehr nette, gemütliche Runde ist von Menschen, die sich für Kochen und Essen interessieren. Da könnt ihr also auch gerne noch dazukommen. Da findet ihr Hinweise auf der Webseite, wie ihr euch dieser Gruppe anschließen könnt auf Telegram. Ja, wie alle immer freue ich mich über euer Feedback. Und damit bleibt mir auch nichts anderes als zu sagen, alles Gute, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du. Eisbehn Wombs Bis zum nächsten Mal.